ja mann bisschen feuer was er brennt hat goldorgen gerade aufgepumpt ist der rede auch nicht dieser löwenkönig oder wie der heißt du hast den gp gegeben mann ich hab ihn nicht gegeben auch da kommt auch da kommt noch mal ich hasse wenn er nicht auf meiner seite ist ja egal haben es verstanden dass du mit einer keule einfach auf dem boden einfach auf dem boden bleiben ich bin einfach so ich setze auch noch nicht weißt du wenn du ausschließend bist ja für eine zeit unverwundbar ne und aber das ist und wenn du aber anreißt bist du für die zeit dann nicht mehr verbunden oh nein Ray hat wieder genervt ja 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 komm geh hin da hat mich getroffen weil ja hau ab man warte 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 kannst du doch schutz machen kannst du doch schutz machen das bringt eh nichts guck mal wo ich grad bin ich hasse 3 mal ist prima recht hast du gesagt ja 3 mal ist prima recht aber 4 mal wäre ungerecht nicht vergessen das sind locker 4 parts locker wenn das so weitergeht locker 4 parts 30 30 hallo er soll endlich sterben der bastard ja komm näher ob da aber sag du einfach einmal er wusste es einfach abbrechen muss die egal 3 mal ist prima recht nicht vergessen los macht doch was ja gut so was ist denn der schenkst ja wo gehst du hin greif mich nicht an hat der mich getroffen nein ich hab eigentlich gewartet oh man ja ja 4 mal ist ungerecht ja ich will halt nicht weiter machen aber du willst du nicht die nächste Sekunde ja du kannst mir aber nicht garantieren dass du es schaffst deswegen ja oder kannst du es mir garantieren ja aber nach einer Zeit natürlich ja ok Leute wie sie gerne sich die überall er braucht es stufe 100 oder von uns ja einfach mal 99 einfach mal für 49 level höher das ist klar das ist so behindert das nur aber so behindert gemacht worden wie soll man gehen die gewinnen sein dieser hat ein paar letzte worte los geht's zeigt so hart zu mir von woher kommt Profi ist echt ein komischer Fick so eine Brust so eine vollbrustige Braut wird etwas von ihm er merkt es nicht stimmt doch Adi ist auch ein bisschen behindert im Kopf aber nur ein bisschen was ist ich kenne die attack ach so das soll der der entwickler von one piece sein wie heißt er wieder oder ja oder da guck mal sonst würde er kein sonst würde er nicht mit stift einfach so kommen hallo ach so er hat sie selbst als charakter hier reingemacht aha ich lasse guck 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 ab nutzt stift das ist der entwickler von one piece kommen schenks aber das ist doch möglich oder nicht das wäre möglich guck mal oder und danach hat er einfach daichi also da hinterher gemacht ich glaube ich glaube ich glaube die haben das auch so gesagt bestimmt also hoffentlich okay 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 das war viel schwieriger ja das kann man auch sagen aber nur weil die beiden Hitzung die zwei noch okay jetzt die letzte Insel haben wir das genau ich habe wieder die drei Ampereine ne ja besiege deinen Gegner alle Kräfte der Gegner sind verstärkt nein nein die stärksten Gegner zuerst mal abgeschlossen hier kriegt man glaube ich ähm Gold Watcher also Gold Watcher ich glaube da sind Whitebeard Blackbeard und vielleicht und noch jemand oder die drei Ampereine ich habe mich darauf offensichtlich und und das ist besser du hast drei Minuten Zeit ha ha endlich angekommen was Leben oder Tod alles Frage des Glücksfurcht macht einen fertig ich bin dein Gegner wenn du das willst ein dreister vorher frischer Geist nachdem wie dich mag ich alle nur zwei ja nur die beiden achso ist nur noch gebufft man und dann der will 99 hallo übertreibt oder oder übertreibt egal es sowieso da wird sich der macht selbst als charakter hat sich auch gemacht ein kleiner braun gepackter mensch hallo kann man immer gebrauchen in einem spiel ha ha ich noch drei einsitzen schon gut erst mal das heißt machen man kann danach dann machen wir so wenn die form ist okay so und so noch ins wach verfallen kommt heute das feuer trifft ihn zu der 99 was erwarten und egal hatte wenigsten blackbeard getroffen robin setzt sich noch nicht ein wenn erst wenn du drei haus oder zwei reichen auch schon ja okay hat er leben geheilt und sehr sehr viel wegen weil er sofort bei ihm auch so 99 ist das war der logisch ist die auf blackbeard also die ist tot aber du hast drei stück muss doch irgendwie schocken die wieder in aber nicht du wichser kommt egal der schutz gemacht das schläft trifft es auch manchmal das ist das problem du hast noch wenig leben einmal spielsealtag einsetzen ohne grund kommen ach so ja okay schaffst du es nein er kann man kann man nicht wissen wenn da habe ich wollte aber wenn ich nicht dringend ist okay gut so was da noch was er kann man mit der damals drümer ist nicht vergessen bei viermal wäre ungerecht wäre ungerecht immer das so übertrieben erholt hat ja fickt dich doch die fester er trifft mich nicht er darf mich nicht treffen er darf nicht aber ich weiß dass du weißt das spiel ist unlogisch Bombe ist vor dir pass auf okay gleich 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 hab ich diesen komischen feldetypen mussten zerstören zufällig japanische stimme hat man jetzt hier ein bisschen leben mindestens ein bisschen leben aber gut so egal egal ist nicht schlimm dass wenigstens apfel bekommen von den wohnen ich bin grad oben also ich hab oben an ja natürlich natürlich wollt ihr ich bin der Typ hier es gelingt aber ich will was kommt denn jetzt übertreibt damit die support charakteren mann warte ist das das level wo du sagst du willst das nicht machen nein es hat dieses wendel da was er hast du ach so erkämpfnis aber auch sehr geschafft du hast dann angst überwunden lecker fleisch das ist so eine luft aber das kommt gerade runter und er hat gerade sein hart nach oben ja man ach so ich dachte schon mal du kannst jetzt spitzarte gemacht wenn du willst wenn du kannst ich muss sagen dass ich mich umgekommen kann deine zeit voll kacke dass man noch eine zeit dir kämpfen muss was ich bin bist du gestorben ich habe mich nicht was ist Traubenmann ich bin erwarten das dritte Mal das ist Das war's für heute. Der nervt. Man! Bist weg? Also wie weg? Guck. Weg von der Attacke? Ja. Einfach weiter. Aber es ist ja nichts mehr Neues, dass mein Mensch was er öfter ist. Vorbei kommt! Ja. Ich hab's nicht bekommen. Wortbiet ist bald tot. Keine Support? Nein. Aber jetzt schon, oder? Noch nicht. Du musst einen Robin einsetzen. Geh mal weg! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Aber der hat gemeert. Ja. Komm, komm, komm. Wann geht's? Stirb. Stirb! ja jetzt natürlich einfach von einfach von bis jetzt ja ja natürlich ist das wasser gleich gleich ja gut so gut so geht weg du verwandt war verficktes wert ist das ok ja mann und der nächste bitte 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 verdammte scheiße mann nicht auf dieser welt ist unmöglich ich werde wieder die arme spitze ist eine lange reiz ich bin das liegt aus einer vergangenen zeit ich in der neuner gibt es glück auf den ja mann ist der beste glückwunsch ok das jetzt hat es geschafft willst du letztes mal letztes mal so warte 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 wir müssen cut machen wir sehen uns gleich wieder ok weiter also das nicht noch beenden bevor das projekt zu ende ist ich muss die noch seine rache in diese drei admirale ach so ein white beard ich wollte schaffst jetzt in eine minute aber du musst aufpassen wir laufen einfach in die klippe runter einfach eine klippe runter ich habe so hunger ich muss noch so viel schneiden ich glaube ich lasse wieder mein laptop an und lass uns wieder die videos hochladen genau ich hasse hat mir aber nicht so viel abgezogen wie davor weil du noch vor angegriffen hast bitte 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 warte ist links auch eine klippe hast du mir gerade gesagt was soll ich machen genau also genau hin wollte es ausgesehen einfach eins jetzt war aber zwei was er benötigt und jetzt habe ich mir gedacht jetzt sind wir fast getroffen noch fast ja das war bingo egal leben ist gerade den löwen weggeschlagen es gibt selbst nach hinten man es war mir aus egal mach 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 jetzt wenn ich drei besitze oder nicht ich warte bis ich mir zum modus bin das besser Er ist so knapp. Er greift an, Waylane. Wieso wir... Oh. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube nicht, aber guck mir mal. Nicht jetzt. Oh nein, er darf nicht. Er ist so knapp. Turnkampf. Nein, Blitzemodus. Hau ab von mir. Hier, kriegst du rück. Nein. Hier. Nein, hier. Ey, warte. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Ich habe die Wahrheit. Let's... Let's... Ja, Mann. Ja, Mann. Weißt du, wenn die Blitzemodus sind und die Spezialisten sind, also die richtige Spezialisten sind, dann ist Leben auf 0, also auf 1, was dir gesagt. Also, es ist... Aber ey, das war so eine witzige Aktion, so Bombe, 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 Bombe. Weißt du? Weißt du, ich darf nicht, ich muss im richtigen Moment S drücken, ne? Weißt du, wie Angst ich hatte? Scheiße, Mann. Digga, das war... Was, ey, Benidim hat ich ziemlich anders gefordert. Ja, da haut einfach so ab. Es ist, uah. Nein, ist noch... Nein, hat ein Dreimländerei vor. Naja, Leute, das war das Projekt. Warum hast du eigentlich nicht gespielt? Ich kannte es nicht. Weil ich bin, wie du failedst. Egal, egal. Egal, wir haben jetzt alles gesehen. Und wir sind uns bei uns... Wir sind uns bei... Das Statement habe ich schon nächstes Mal... Egal, das war ein tolles Projekt. Ey, ich hab... Das ist locker schon... Egal, Leute. Ihr wisst, das Projekt war sowieso geil. Ihr wisst, dass es auch geil war. Ihr seht es ja selbst. Und wir sehen uns das nächste Mal bei anderen Projekten. Tschüss. Warte, warte, warte. Oh, Gott. Bo 검ф today.